Einen wunderschönen guten Tag zum Heulsimulator 2020 mit der Heulkrabbe, das bin ich. Grüß Gott, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir regen uns heute über die Dynastie-Vermächtnisse auf. Vielleicht nicht wir, sondern ich. Aber wie immer, ihr dürft natürlich gerne mit mir in den Kommentaren diskutieren, was eure Meinung zu dem Thema ist. Und ja, die Dynastie-Vermächtnisse, ne? Dynastie-Vermächtnisse sind ja quasi das, was ihr im Laufe des Spiels mit eurer Dynastie erreicht oder freischaltet. Mit quasi diese wunderschönen Vermächtnisse hier. Und auch für das Spielsett mehr Bekanntheit. Und für diese Bekanntheit kann man sich dann Perks freischalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese ganzen Dynastie-Perks eigentlich komplett nutzlos. Wirklich. Das Einzige, was noch ein bisschen Sinn macht, ist Blut. Eben weil man bessere, vererbbare Eigenschaften bekommt. Das sage ich jetzt mal, okay, das ist noch ganz cool. Aber ab einem bestimmten Punkt braucht man das auch nicht mehr, weil dann die Dynastie bereits so stark ist, dann ist es wieder nutzlos. Und alles andere ist einfach unwichtig. Wir haben ja ein Feature, wir haben ja ein komplettes großes Feature. Es ist in der Zwischenzeit fast unmöglich, wirklich viel Bekanntheit zu erhalten, sofern man nicht darüber spielt, die Dynastie weltweit einzugliedern. Quasi, wenn man die Dynastie-Mitglieder in seinem eigenen Reich lässt, bekommt man kaum mehr Bekanntheit. Im Late Game, wenn man ein paar große externe Herrscher hat, die König oder Kaiser sind, die aus der eigenen Dynastie sind. Und man ist selber ein Kaiser und man hat 200 Dynastie-Mitglieder, bekommt man vielleicht 8, 9, 10, wenn es wirklich gut läuft. Und man hat 15 Bekanntheit im Monat. Das ist dann aber schon das sehr, sehr späte Late Game. Und normaler Spieler, würde ich jetzt mal sagen. Normaler Spieler, der schafft das vielleicht im Laufe des Spiels, 7 bis 10 von diesen Punkten freizuschalten. Das heißt, man hat quasi zwei komplette Leisten. Und das Problem, was ich sehe, ist einfach, dass ich sie im Gegensatz zum Beispiel zu den Lebenswandeln, die teilweise enorm overport sind, zum Beispiel habgierig. Das ist so dermaßen übertrieben stark, auch Diplomatie. Bringt so viele Boni mit rein teilweise. Kriegsführungen, je nachdem, wie man spielen möchte, hat auch Vor- und Nachteile. Aber im Gegensatz zu diesen Lebenswandeln, finde ich einfach die Dynastie-Vermächtnisse komplett unterpowert. Ich würde mir da auf alle Fälle wünschen, dass da nachgebessert wird. Dass die Boni besser werden. Dass man auch irgendwo sagt, es motiviert mich das zu nutzen. Und nicht das einfach nur herzunehmen, um meine Kinder die ersten 15 Jahre oder 150 Jahre immer zu enterben. Dass ich mir überlegen muss, okay, schaue ich jetzt, dass ich irgendwie die Reichsteilung bekomme. Versuche ich mein Kind umzubringen. Versuche ich jetzt mein Kind ins Kloster zu schicken. Versuche ich ihn in der Schlacht sterben zu lassen. Weil aktuell gibt es nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, es lohnt sich für mich. Monatliche Lebenswandererfahrung, Kriegsführungen plus 10 Prozent. Das sind einfach so kleine Auswirkungen, so minimale Auswirkungen. Vorteil plus 5 in der Schlacht, dann maximales Kriegsvolkregiment plus 1. Das ist einfach, muss ich überlegen, das ist ein Feature, das hier. Das schaltet man nicht innerhalb der ersten 100 Jahre frei. Das ist irgendwas, das ist dann schon im Jahr 1100 oder 1200, wo man das freischalten kann. Und das ist dann der Moment, da kommt es auf dieses eine Regiment nicht mehr an. Ja, das ist unwichtig. Die Hausgarde ist auch komplett nutzlos. Die ist viel zu schwach, dass die auch nur annähernd irgendwelche Auswirkungen hätte auf so eine Schlacht. Monatliche Kriegsführung und Lebenswandererfahrung plus 10 Prozent, das bringt mir nichts. Kriegsumkosten minus 20 Prozent hat auch keine großen Auswirkungen in einem Late Game. Also das hier oben ist zum Beispiel für mich schon mal komplett nutzlos. Bei Gesetzen, Volksmeinung plus 5 ist komplett irrelevant, weil wenn man 10 Jahre Krieg führt, hat man schon so viel Malus, dass diese Volksmeinung komplett unnötig ist. Das bringt überhaupt nichts, dieses plus 5 Volksmeinung. Kontrollzwacks plus 0,2 ist viel zu gering, um was auszumachen. Und wenn es bei 100 ist, braucht man es eh nicht mehr. Monatliche Lebenswandererfahrung ist genau das gleiche. Meinung mächtiger Vasei plus 5. Ja, macht es plus 15. Domänschwelle plus 1, macht das plus 2, dass es auch wirklich sich lohnt. Ich schalte doch nicht für 5000 Bekanntheit. Gehe ich doch nicht nur dahinter, damit ich eine Ex-Domänschwelle bekomme, die mir eigentlich dann auch nicht wirklich so viel bringt. Macht das auf 2. Ich finde, das kann man wieder diskutieren. Das kann man wieder diskutieren. Inwieweit sollte das stark sein, inwieweit nicht. Aber ich finde tatsächlich, dass diese Dynastie-Vermächtnisse etwas sein sollen, worauf der Spieler sich fokussieren kann. Und er sagt, okay, ich möchte diesen ran, möchte ich militärisch spielen und mit Verschlagenheit. So die zwei Trees möchte ich machen. Aber die sollen sich auch lohnen. Ich möchte Auswirkungen auf meinen Spielstil haben, wenn ich das freischalte. Dass ich quasi sage, okay, ich bin jemand, der kann mit brutaler Gewalt und Mord ohne Ende, kann ich halt quasi dafür sorgen, an der Macht zu bleiben mit militärischer Stärke. Das habe ich nicht. Wir schauen uns hier mal die Verschlagenheit an. Schreckenszuwachs plus 20%. Ist okay, aber das Problem ist, das bringt uns auch nicht so viel, weil der Schreckensverlust natürlich gleich bleibt. Und wenn man auf Ränkespiel geht, hat man sowieso den Zuwachs und den Verlust. Also deswegen brauchen wir das eigentlich gar nicht. Feinste, dieses Komplott der Vollstanz plus 10%. Ja, okay. Okay, sage ich nichts zu. Das würde zum Beispiel 20%. 20 oder 25% mehr, das würde schon was bringen. Aber 10%, also statt 25, 27 oder 28, sorry, aber das hat so wenig Auswirkungen aufs Spiel einfach. Monatliche Tyrannei minus 0,05, also 4000 Punkte dafür zu zahlen, würde ich niemals machen. Hohe Chance, einen Mord gegen ein Dynastie-Mitglied zu verhindern. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, da habe ich noch nie gebraucht. Macht hier einfach feindselige Komplotte plus 1, dass man ein weiteres feindseliges Komplott hat. Und halt nochmal feindselige Komplottchance plus 10 oder sowas, Kombiboni. Weil so jetzt aktiviert das hier, ist auch komplett nutzlos, wie ich finde. Blut, ja, das macht Sinn, das ist auch cool. Wie gesagt, das ist ja eigentlich das coolste Blut. Kann man einfach bessere Kinder haben. Die Dynastie wird stärker, das ist eigentlich mit Abstand das stärkste. Die Ardenarchitektur finde ich eigentlich nutzlos. Die könnte man vielleicht mal etwas austauschen oder man könnte die etwas verstärken. Weil jetzt aktuell in der aktuellen Form ermöglicht die es einem quasi eine vererbliche Eigenschaft auf Stufe 1 auszuwählen, die häufiger vorkommt. Und würde ich mir vielleicht wünschen, dass man dann auch nochmal die Chance erhöht, dass es bessere Eigenschaften wird oder irgend sowas. Und dann Lebenserwartung plus 5 Jahre ist auch nicht schlecht. Ist okay. Kann man so stehen lassen. Vielleicht würde ich hier sogar noch einen Gesundheitsbonus mit hinzufügen, dass man sagt, okay, man bekommt nochmal einen kleinen oder einen mittleren Krankheitswiderstandsbonus. Meinte ich nicht, Gesundheitsbonus. Für die gesamte Dynastie. Dass die Dynastie quasi etwas weniger wahrscheinlich krank wird. Dann haben wir lebendiger Hof, Hüftling und Gastbein und plus 10. Ja, das kann man mal lassen für die erste Stufe. Monatliche Vollmöglichkeit plus 10%. Für was? Zu schwach. Für was? Meinung Klerus plus 5. Bringt mir überhaupt nichts. Und Grundwert für Fortschritt und die Auswirkungen des Ratsmitgliedswertes auf Ratsaufgaben plus 10%. Das heißt quasi, wenn euer Ratsmitglied 50 Bildung hat und er tut eine Provinzbekehren, dauert das quasi 10 Monate und das wird dann um 10% verstärkt durch diese maximale Stufe. Komplett nutzlos. Hat so wenig Auswirkungen auf irgendwas, dass es auch hier wieder einfach unnötig ist. Das macht keinen Sinn, dafür zu sparen oder das auszugeben. Dann haben wir Ruhm, Heiratsannahme plus 30. Da hast du das Problem, alle, die den eigenen Glauben folgen, würden einen eh heiraten. Alle, die einen anderen Glauben haben, würden einen eh nicht heiraten. Da wird das auch nichts dran ändern hier mit der Heiratsannahme. Monatliches Prestige plus 10%. Na gut, wenn es sein muss, monatliche Diplomatie, sage ich nichts zu. Kurze Herrschaftsdauer minus 20% ist okay, finde ich aber ein bisschen zu schwach. Das würde ich vielleicht sogar eher auf erste Stelle setzen oder kombinieren mit monatliches Prestige, dass man das mit dem zusammenlegt. Und dann hier sich was Neues einfallen lässt und allgemeine Meinung plus 10, das ist okay. Ja, das ist okay. Allgemeine Meinung plus 10, vielleicht sogar noch irgendwie in Kombination mit Wahrscheinlichkeit zur Komplottannahme, dass man damit beitritt oder so. Neues plus 5 oder Bekehrungschance, irgendwie solche Geschichten oder Bekehrungschance, die noch mit reinhaut. Einfach dann ein bisschen mehr Möglichkeiten zu bieten im Spiel, dann auch seinen Willen durchzusetzen, wenn man eine so bekannte, starke Dynastie hat. Dann haben wir Sippe plus, Gott, Sippe, ja. Furchbarkeit plus 10% braucht man nicht, weil ich habe selbst, wenn ich mich auch nicht annähernd mal darum kümmere, wie meine Familie sich ausbreitet oder dass meine Kinder alle verheiratet sind, habe ich irgendwann nach ein paar 200 Jahren, habe ich irgendwie um die 1000 Dynastiemitglieder ohne das hier. Dann bessere Ausbildungseigenschaften, das ist ganz okay, brauchen wir aber auch nicht mehr in der Zwischenzeit, weil es ja in der Zwischenzeit Universitäten gibt, wo man seine Kinder hinschicken kann und dann bekommt ihr eh die maximale Fertigkeit. Da braucht man das eigentlich auch gar nicht mehr. Meinung Ehepartner plus 10 ist total unnötig. Meine Dynastie plus 5, plus 15, können wir drüber reden. Kein Kampfgeschick, Verlust durch Alter, ja, braucht auch keine Sau, weil keiner schickt seinen Charakter selber in die Schlacht oder seine Söhne, außer er will sie sterben lassen. Erhöht die Werte mit dem Alter, das ist ganz okay. Das kann man so stehen lassen, erhöht die Werte mit dem Alter, das ist okay. Aber ja, ansonsten, ihr merkt das, ich denke mal, viele werden mir da auch zustimmen, dass die Boni einfach viel zu schwach sind. Die sind von diesen, wir haben jetzt 7 Trees, von diesen 7 Trees gibt es jeweils 5 Stück, also wir haben 35 Möglichkeiten, was freizuschalten. Von diesen 35 machen 30 überhaupt keinen Sinn, die zu nutzen. Und das ist schade, ich nutze ja selber eine Mod, die die Boni deutlich verändert, die die Boni stärker macht, teilweise deutlich stärker, aber das ist auch eine Sache, die hat die KI ja auch, das darf man nicht vergessen. Man kann ja sagen, okay, das ist doch dann unfair, der KI gegenüber. Nein, ist es nicht, weil diese Vermächtnisse nutzt die KI auch. Und die KI kann ebenfalls sich fokussieren auf einen Trees, was sie auch meistens macht. Also die KI ist darauf ausgerichtet, einen Trees zu fokussieren. Und dann ist es quasi auch wieder eine Sache, die die KI ja auch hat. Das heißt, es gibt jetzt hier keinen Vor- oder Nachteil für den Spieler. Ja, im Gegenteil, der Spieler kann besser seinen Spielstil auch an die Dynastie mit anpassen und kann natürlich da eine Krieger-Dynastie machen, wo ich dann sage, es lohnt sich auch. Ja, da ist, weil ich sage, hier plus fünf Ritter oder so ein Geschmarrer, was weiß ich, so ein Beispiel, mehr Ritter, mehr Kriegseinheiten, weniger Kosten für Kriegsvölker und so weiter und so fort, plus 20 Prozent Bevölkerung, Armeelimit oder solche Geschichten, was weiß ich. Wenn ich sage, okay, das hat mit Kriegskunst zu tun, aber was bringt mir 15 Prozent Rittereffektivität und plus zwei Kampfgeschick? Also was bringt mir, das bringt mir eigentlich gar nichts. Kriegskunstkosten minus 20 Prozent. Super, toll. Dann monatliche Kriegsführung, Lebenswandel, Erfahrung plus 10 Prozent, das hat keine Auswirkung so wirklich. Vorteil plus fünf hat noch nie, also ich glaube, ich habe von 500 Schlachten, habe ich eine, wo wahrscheinlich deswegen gewinnen würde. Und Privatabwehr ist ja komplett nutzlos, also es ist ja komplett nutzlos. Also macht stärker, ändert, das macht es ein bisschen sinnvoller für den Spieler, dass ich mich genötigt fühle, das zu nutzen. Ja, dass ich sage, okay, es macht Sinn, nicht nur das zu nutzen, weil ich glaube, von 1000 Spielern nutzen 999 Blut ausschließlich und einer nutzt dann vielleicht nochmal irgendwas anderes, wenn er noch ein paar Punkte über hat. Aber aktuell in dem jetzigen Zustand ist das alles, wie es hier ist, nutzlos. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist meine Meinung, ihr könnt mir gerne eure Meinung da auch in die Kommentare schreiben, könnt mir gerne darüber diskutieren, auch was eure Verbesserungsvorschläge wären. Wo ihr sagt, ja, können wir, ähm, das und das könnte man anders machen, das könnte man dort und dort einbauen und ansonsten hast du recht oder du hast nicht, recht gerne ab damit in den Kommentaren, können wir gerne darüber diskutieren. Vielleicht kriegt das ja auch mal irgendwann einer von Paradox mit oder es wird irgendwo auf Reddit mal geteilt und dann mal gucken, ob da was bei rauskommt. Vielleicht seid ihr ja auch wirklich ganz anderer Meinung und sagt, nee, die Boni sind zwar nutzlos, aber die passen so, wie sie sind. Ähm, ihr wollt nicht, dass das irgendwie Einfluss aufs Spiel mit hat. Ich sage immer, wenn das im Spiel drin ist, sollte es auch Sinn machen und ansonsten soll es wieder rausnehmen, weil aktuell macht es keinen Sinn, so wie es hier ist. Ist meine Meinung. Bin auf eure Meinung gespannt. Und, ja, dann treffen wir uns in den Kommentaren. Haut rein. Tschüss.